Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute häkeln wir wieder Grannys und zwar diesmal in 3D-Optik mit einem romantischen Rosenmotiv. Da gibt es ja auch mehrere Versionen. Ich habe mich für diese entschieden und die eignen sich eher für Dekoobjekte wie Kissen oder Decken oder wie in meinem Fall, das wird dann eine Nackenrolle. Was wir dafür benötigen ist Baumwollgarn, in meinem Fall wieder für Nadelstärke 2,5 bis 3,5. Für Decken würde ich dann wieder eine größere oder dickere Baumwolle verwenden für eine größere Nadelstärke, zum Beispiel Nadelstärke 4. Aber wie gesagt, heute wird es die dünnere Baumwolle verhäkelt mit einer 3er Nadel. Außerdem benötigen wir dazu eine Schere, eine Vernähnadel und für Beginner vielleicht auch einen Maschenmarkierer. Wie bei jedem Granny beginnen wir hier auch mit der Mitte, das heißt mit dem Röschen. Dafür nehmen wir die rosa farbene Baumwolle. Ihr könnt natürlich auch andere Farben wählen. Wir beginnen wieder mit einem magischen Ring, schließen den mit einer Kettmasche, arbeiten zwei Hebemaschen und die Hebemaschen, die wir jetzt in den nächsten drei Runden arbeiten zählen hier bei meinen Rosen nicht als Stäbchen Ersatz und deswegen werden jetzt 12 Stäbchen in diesen magischen Ring gearbeitet. Also hier rein 12 Stäbchen. Ich habe jetzt meine 12 Stäbchen in den Fadenring gehäkelt, ziehe diesen zusammen und in das erste Stäbchen der Runde. Hier rein kommt jetzt eine Kettmasche und hier kommt unser Maschenmarkierer zum Einsatz, die Kettmasche. Ich nehme den mal raus hier. Die Kettmasche markieren, weil die wird nicht mit behäkelt und ist somit leichter zu erkennen. Muss man nicht machen, wer das so sieht, kann das auch lassen, aber als kleine Hilfestellung. In der folgenden Runde arbeiten wir in das hintere Maschenglied jeweils und auch die erste Masche wird behäkelt, in die wir gerade unsere Kettmasche gemacht haben. Hier ins hintere Maschenglied jeweils werden jetzt zwei Stäbchen gehäkelt. Wir verdoppeln somit jede Masche. Zuerst zwei Hebemaschen, die auch wieder nicht als Stäbchen Ersatz zählen und ins hintere Maschenblieb, wie gesagt, gleich die erste Masche, zwei Stäbchen. Das nächste auch. Hier hinten rein. Eins, zwei und so geht das rundherum. Immer ins hintere Maschenglied zwei Stäbchen, so dass die vorderen hier sichtbar liegen bleiben. Die brauchen wir später noch zum behäkeln. Einmal rundherum jede Masche verdoppeln, so dass wir auf 24 Stäbchen kommen. Bei mir sind jetzt schon 22 Stäbchen im einzelnen Maschenglied. Hier sieht man deutlich die vorderen Maschenglieder, die liegen geblieben sind. Mir fehlen noch zwei Stäbchen, also die letzte Masche. 23 und 24 kommen hier rein. Dann kann der Maschenmarkierer hier raus. Und auch hier wird wieder in das erste Stäbchen der Reihe eine Kettmasche gemacht. Und wer will, markiert die auch wieder. Und in der folgenden Runde wird ebenfalls ins hintere Maschenglied gearbeitet. Wieder zwei Hebelmaschen, ein Stäbchen ins hintere Maschen, ein Stäbchen ins hintere Maschenglied, und das nächste verdoppeln. Also wir verdoppeln jedes zweite. Hier kommen zwei rein. In die nächste wieder nur eine. Und in das nächste, immer hinten, wieder zwei. Und so geht auch das rundherum, bis wir dann 36 Stäbchen gehäkelt haben. So, auch hier habe ich schon mal vorgearbeitet. Mir fehlen noch zwei Stäbchen, also Nummer 35 und 36. 35 und 36. Nimm den Maschenmarkierer wieder raus. Schließe das Ganze wieder mit einer Kettmasche ins erste Stäbchen. Setze den nochmal um. So, das ist die Basis unseres Röschens. Jetzt arbeiten wir ins vordere Maschenglied, in das vorne liegende. Hier immer in das, was zu uns guckt. Wir beginnen jetzt mit drei Hebemaschen, und die sind in dem Fall dann doch ein Stäbchenersatz. Also ab jetzt sind die immer ein Stäbchenersatz. Drei. Und gleich in das erste, in die erste Masche ins vorne liegende Maschenglied fünf Stäbchen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Das ist das erste Rosenblatt. Dann übergehen wir eine Masche der Vorrunde. Und das ist am besten, man guckt von oben, damit man das auch nicht übersieht. Die wird übergangen. Und in die nächste, auch ins vorne liegende Maschenglied, kommt jetzt eine feste Masche. Dann übergehen wir wieder eine. Die wird wieder übergangen. Und in das nächste kommen jetzt sechs Stäbchen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und sechs. Dann wird wieder eine Übergang. Und in das nächste wieder eine feste Masche. Wieder eine übergehen. Und in die nächste wieder sechs Stäbchen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und sechs. Wieder eine Masche übergehen. Die wird übergangen. Und wieder eine feste Masche. Und so wird es jetzt reihum gearbeitet. Immer im Wechsel sechs Stäbchen eine feste Masche. Und dazwischen immer eine liegen lassen. Bis wir wieder am Ende ankommen. So sind jetzt auf diese Weise neun Blütenbetter entstanden. Mir fehlt jetzt noch die letzte feste Masche. Also ich lasse, ich habe hier noch drei Maschen. Lasse wieder eine aus. Mach hier eine feste Masche rein. Nehme den Maschenmarkierer raus. Und mache in den Luftmaschenbogen von dem ersten Blütenblätt, also in unseren Stäbchen Ersatz, die Hebemaschen, mache ich jetzt eine Kettmasche, schließe somit den Ring. Und in der nächsten Runde arbeiten wir jetzt in diese Maschenglieder, die wir hier noch sehen. Die hier vorne liegen aus den zwei Vorrunden. Und zwar, das ist die Kettmasche, die wir ja nicht beachten. Am besten umklappen. Gleich in das erste Maschenglied sechs Stäbchen. Drei. Vier. Fünf. Und sechs. So entsteht jetzt der innere Ring. Auch hier lassen wir dann wieder ein Maschenglied aus. Das bleibt frei. In das nächste kommt die feste Masche. Wieder eins freilassen. Und in das nächste wieder sechs Stäbchen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und sechs. Wieder eine auslassen. Wieder eine feste Masche. Und so geht es im Prinzip wie beim äußeren Ring weiter, bis wir dann hier sechs Blütenblätter haben. Auch hier sind bei mir jetzt die sechs Blütenblätter fertig. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Auch hier kommt die letzte feste Masche. Also wieder eins auslassen. Wieder eine feste Masche. Und jetzt kommt die Kettmasche hier unter das erste Blütenblatt. Im Prinzip unter das Maschenglied, in die wir reingehäkelt haben. Das kann man ganz gut erkennen. Da kommt jetzt wieder unsere Kettmasche rein. Und die nächste Reihe, runde Blütenblätter, wird jetzt ebenfalls hier in die Maschenglieder von der Mitte gehäkelt. Genauso wie die andere, einmal ins erste Maschenglied sechs Stäbchen. Zwei, drei, vier, fünf und sechs. Wieder eine auslassen. Ihr seht schon, das macht sich immer besser, wenn man das hier umklappt. Dann kann man es auch besser sehen. Wieder eine Masche auslassen. Und in das nächste Maschenglied wieder eine feste Masche. Und wieder eins auslassen. Und in das nächste wieder sechs Stäbchen. Und am Ende sind in der Mitte drei Blütenblätter. Meine drei Blütenblätter sind jetzt auch fertig. Hier fehlt ebenfalls wieder die feste Masche, die abschließende, die in das letzte Maschenglied kommt. Und auch hier unter das Blütenblatt in das erste Maschenglied eine Kettmasche. Dann den Faden abtrennen. Und die Basis ein bisschen festziehen. Und die Basis ist fertig. Jetzt beginnen wir mit dem viereckigen Teil. Und der wird in die Maschenglieder gehäkelt, die hier liegen geblieben sind. Weil wir hatten ja den äußeren Ring in die vorderen Maschenglieder gehäkelt. Und hier hinten sind die liegen geblieben. Und in die arbeiten wir jetzt, um jetzt den Granny-Teil zu häkeln. Also den viereckigen Teil nehme ich eine andere Farbe, die helle. Ihr könnt das machen, wie ihr möchtet. Suche mir hier den Anfang. Der ist da, wo sich die Blütenblätter überlappen. Hier wird jetzt reingearbeitet und immer ins freiliegende Maschenglied. Dafür mache ich mir erstmal eine Luftmasche. Nehme das Teil auf, ziehe diese Luftmasche hier durch. Mach noch drei Hebemaschen. Und ein Stäbchen in das erste Maschenglied. Drei Luftmaschen und zwei weitere Stäbchen ebenfalls in dieses Maschenglied. Und habe somit die erste Ecke für den viereckigen Teil. Die nächsten acht Maschen bekommen jeweils ein Stäbchen. Und wie gesagt, immer in das freiliegende Maschenglied arbeiten. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs, sieben und acht. Und Nummer neun ist dann unsere zweite Ecke. Das heißt, in diese Masche kommen jetzt wieder zwei Stäbchen. Eins, zwei, drei, plus drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Und nochmal zwei Stäbchen. Eins und zwei. Jetzt kann man das schon ein bisschen erkennen. In die nächsten acht Maschen kommt jeweils wieder ein Stäbchen für die Seite. Es macht sich immer besser, wenn man die Blütenblätter etwas umklappt. Kann man auch hier besser arbeiten. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, sieben und acht. Und schon sind wir an der dritten Ecke angelangt. Wieder zwei Stäbchen, drei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Eins, zwei, drei Luftmaschen. Und nochmal zwei Stäbchen in dieselbe Masche. Eins und zwei. Dritte Ecke ist fertig. Wieder acht Stäbchen in die folgenden Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und die vierte Ecke ist dran. Wieder zwei Stäbchen, drei Luftmaschen, zwei Stäbchen in die Masche. Also eins, zwei, eins, zwei, drei. Und nochmal zwei Stäbchen in die gleiche. Und die letzten acht Stäbchen bis zur ersten Ecke. vier, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und beendet wird die ganze Runde mit einer Kettmasche in das erste Stäbchen aus der ersten Ecke. Wir hatten hier die drei Hebemaschen. Und hier kommt jetzt eine Kettmasche rein. Nicht zu festziehen wieder. Unter den Luftmaschenbogen ebenfalls eine Kettmasche. Und die erste Runde mit den Ecken ist fertig. Für die zweite Runde machen wir wieder drei Hebemaschen. Als Stäbchenersatz. Dann kommt ein Stäbchen. Wieder drei Luftmaschen. Und nochmal zwei Stäbchen in den Luftmaschenbogen. So ist dann die erste Ecke der zweiten Runde fertig. Jetzt kommt in jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen. Auch das hier vorne nicht vergessen. Manchmal versteckt es sich unter den Eckstäbchen. Aber das muss mit. Und das geht jetzt bis zur nächsten Ecke. Sind dann also zwölf Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, Acht, neun, zehn, elf und zwölf. Und in den Luftmaschenbogen von der Ecke. Und die nächste Ecke wieder mit zwei Stäbchen. Eins, zwei, dann drei Luftmaschen. Und nochmal zwei Stäbchen in dieselbe Ecke. Und so sind schon zwei Ecken dieser zweiten Runde fertig. Und so wird jetzt die ganze Runde weitergearbeitet. Zwölf Stäbchen, eine Ecke, zwölf Stäbchen, eine Ecke. Bis wir hier sind, da sehen wir uns gleich wieder. Und dann wird hier in die Kettmaschen gearbeitet. Aber das zeige ich euch gleich. Wenn jetzt alle vier Ecken ausgearbeitet sind, kommen wir zum Abschluss dieser Runde. Ich habe schon acht Stäbchen gehäkelt. Fehlen noch vier. Und deswegen ist auch wichtig, immer mitzuzählen, damit es wirklich gerade ist. Also acht habe ich. Neun. Zehn. Elf. Und die zwölf. Und das sind die Kettmaschen aus der Vorrunde. Deswegen die nicht so festziehen. So ist aber die Ecke oder das ganze Cranny sauber und hat keine störende Naht. Auch die Runde wird wieder abgeschlossen mit einer Kettmasche in das erste Stäbchen. Also nicht unter die Luftmaschen, sondern in das erste Stäbchen. Und unter den Luftmaschenbogen von der Ecke ebenfalls eine Kettmasche. Wer möchte, kann das Cranny schon so klein lassen. Ich mache noch eine Runde nach demselben Muster dazu. Also wieder die drei Hebemaschen als Stäbchenersatz. Noch ein Stäbchen. Noch mal drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Und noch mal zwei Stäbchen. Und jetzt wieder in jedes Stäbchen der Vorrunde. Auch hier nicht das erste vergessen. Und die ganze Runde noch mal so häkeln wie die Vorrunde. Meine letzte Runde ist jetzt ebenfalls fertig. Bis auf das Ende. Ich habe hier schon 14 Stäbchen gehäkelt. Also diese Runde besteht hier aus jeweils 16 Randstäbchen plus Ecke. Ich habe also hier schon 14, brauche ich noch 2, 15 und 16 wieder in die Kettmasche, die wir ja nicht so fest gehäkelt haben. Und auch diese Runde wird jetzt beendet mit einer Kettmasche in das erste Stäbchen. Also nicht die Hebemaschenstäbchenersatz, sondern in die Masche des ersten Stäbchens. Kommt jetzt eine Kettmasche. Und damit beenden wir das Ganze. Wer möchte, kann natürlich noch 2, 3 Reihen dazu häkeln. Je nachdem, wie die gewünschte Größe sein soll. Ich ziehe das jetzt hier durch. Und vernähe alle 4 Fäden. Der Fadenring nochmal richtig zuziehen. So, und jetzt vernähe ich alle 4 Fäden. Meinen Anfangsfaden aus dem Fadenring habe ich schon vernäht. Ich glaube, das ist die leichtere Übung, den hier zu verstecken. Jetzt kommt der Mittelfaden aus den Blüten. Hier nehme ich gerne nochmal eine Masche von den Blüten mit. Und gehe dann nach unten, um diesen auch hier hinten zu verstecken. Mit diesem Faden verfahre ich genauso. Den werde ich auch gleich hinten verstecken. Und den zeige ich euch gleich noch, weil ich den auch gern über die Ecke vernähe, damit er dann nicht mehr auffällt. Also, den letzten Endfaden verstecke ich gern in den Luftmaschen aus dem Luftmaschenbogen. Gehe also Luftmasche für Luftmasche nach oben und unten. Nicht zu festziehen, damit die Ecke nicht zuzieht. Und dann einfach hier runter. Und nochmal hier im Bogen. Und schon ist er verschwunden und in die Ecke integriert. Abschneiden. Das Ganze nochmal in Form ziehen. Ich habe noch keinen Spanner. Ich weiß gar nicht warum. Aber das wird wohl meine nächste Anschaffung. So. Das Granny Square ist fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über eure Vorschläge, was ihr aus diesen Rosengrannys so macht. Mir fallen tatsächlich nur Dekoobjekte ein. Vielleicht fällt euch ja noch was anderes ein. Darüber würde ich mich freuen. Ansonsten werdet gern Follower auf Facebook und oder Instagram. Da seht ihr dann die fertigen Werke oder das, was neu kommt. Abonniert meinen Kanal. Da verpasst ihr auch kein Video mehr. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Häkeln. Bis bald.